Hallo Freunde, willkommen von dem Kanal. Ja, es geht los jetzt. Wir befahren die Fähre nach Helsinki. Ja, die Fähre fällt los. Es ist ein gutes Gefühl, dass man hier pünktlich aus Tallinn rauskommt. Das brauchen wir etwa noch zwei Stunden, dann sind wir in Helsinki. Ein letzter Blick nochmal in Richtung Olympia-Zentrum, wo 1980 die Segelwettbewerbe stattgefunden haben. Gutes Zeichen, wir sind gleich in Helsinki. Helsinki in Sicht. Schön mild hier. Temperaturen sind okay. Kaum Wind. Aber die Schornsteine wummern hier im tiefen Stall, das ist ja unglaublich. Die See ist auch wesentlich ruhiger. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind hier in Helsinki, es ist jetzt der 5. Juli, wenn ich mich richtig erinnere und die Franzosen und die Franzosen machen das gerade mal kurze Pause in der Verlängerung und das ist jetzt schon der 6. Juli, das ist jetzt schon der 6. Juli, weil nach 0 Uhr. Und man wundert sich natürlich, dass es noch ziemlich hell ist hier, also ja ich muss sagen, dunkel ist anders. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.